4 3 und los geht's ein bisschen größer machen hier die order auch besser aktivieren vom eröffnungskurs 45 falls herunter geht hier in richtung gap closing werden wir das hier mit etwas größeren risiko traden bei 13 7 23 und 13 7 08 noch hat die falle nicht zugeschnappt aber es sieht so aus als wenn wir eine vola box hier als erste order platziert bekommen will doch nicht wir sind unter der 50er marke gap closing ist hier unten so wie es aussieht gehen wir auf die untere big number wechseln wir sind ja flexibel so die grüne zone hier wir sehen die 50er bereich ist der kurs erst mal hingelaufen nachhaltig darunter kommen so wir gehen mit 0,3 jetzt raus erste trade und erhöhen jetzt das risiko für den nächsten trade 0,05 in vorbereitung für den diesen trade hier für hat auflösung straight 40 punkte ich verabschiede bei den youtube das war unser wie unser eröffnungs trade wünsche allen gute gute trades stabile nerven disziplin wir hören uns morgen und wir machen im live trading raum weiter nach dem trading ist vor dem trading ihr wisst bin ich sehr kaffee durstig aber ich habe einen auftrag der regisseur sagt ich darf nicht kaffee holen bevor ich nicht euch motiviert habe unseren kanal zu abonnieren